In drei Tagen sind es meine Prüfungen und ich habe keine Ahnung, wie ich diese drei Tage optimal für mich nutzen kann. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Book Campus und du kennst vielleicht so eine ähnliche Situation auch. Du bist gerade vor Prüfungen, hast bald Examen und weißt einfach nicht, wie du die letzten paar Tage möglichst effektiv und effizient nutzen kannst. Und da möchte ich dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, wie du auch am effektivsten wiederholen kannst, wie es ich ganz persönlich selbst in meinem Medizinstudium gemacht habe und möchte dir da ein paar Tipps und Erfahrungen dir mit an die Hand geben. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Sport. Da ist es meiner Meinung ein bisschen ähnlich. Dort trainiert man ja auch Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, um dann im Wettkampf an dem einen Tag wirklich höchst vorm Bestleistung abzuliefern. Und so ist es beim Lernen auch. Du bereitest dich vielleicht Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre für ein Examen vor und möchtest dann an dem Tag oder an den Tagen dann möglichst gut performen, möglichst viele Fragen richtig beantworten. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du eben auch ähnlich wie im Sport dann wirklich dich möglichst in den letzten paar Tagen so vorbereitest, dass du auch möglichst die Höchstleistung, ob dann im Sport oder eben, wie du wahrscheinlich das größere Interesse daran hast, im Studium das Maximale aus deinem Lernen aus deinen letzten Wochen herausholen kannst. Ich persönlich habe es damals in meinem Medizinstudium, aber davor auch in meinem Biostudium meist so gemacht, dass ich mir je nach Größe und Umfang der Prüfung entweder einen Tag möglichst eingeplant habe oder manchmal auch zwei, drei Tage vor größerem Examen, vor größeren Prüfungen, dass ich mir ein bis drei Tage reserviert habe, um dann an diesen Tagen möglichst viel zu wiederholen. Und das ist schon der erste Tipp, den ich auch selbst in den allermeisten Fällen versucht habe zu beherzigen, dass ich versucht habe, mein Kurzzeitgedächtnis noch an den letzten Tagen wirklich aufzufüllen, dass man eben sich das zu Nutze macht, dass unser Gehirn auch die Sachen, die wir ein paar Tage davor vielleicht das erste Mal auch gelesen haben, trotzdem noch abgespeichert haben und dann letztendlich in der Prüfung im Examen dann auch richtig beantworten können und das Wissen dann abrufen können. Ja und ich weiß wirklich auch von mir selbst, dass es nicht immer gelingt, dass man dann noch genügend Zeit hat, um zu wiederholen. Aber wenn du dir das schon mal vornimmst und auch wirklich einplanst, dann steigen die Wahrscheinlichkeiten, dass es dann wirklich auch so ist und du dann noch in Ruhe Sachen wiederholen kannst. Jetzt stellst du dir aber die Frage vielleicht, okay, was soll man wiederholen, wie soll man wiederholen und so weiter. Und da möchte ich jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar, ich persönlich habe es so gemacht, ich habe versucht, möglichst viel wirklich vor den Klausuren zu wiederholen. Wenn es kleinere Klausuren waren, wo der Umfang nicht so riesig war, habe ich wirklich, ich habe meistens mit den ganzen Gedächtnispalästen gelernt, habe dann wirklich versucht, alle Gedächtnispaläste für so eine kleinere Klausur am letzten Tag zu wiederholen. Und ich konnte mir sehr, sehr sicher sein, ich würde schätzen, zu 99 Prozent konnte ich dann das wissen, was ich am Tag davor oder den zwei, drei Tagen davor wiederholt habe, dann auch unter Stress dann wirklich noch sicher in der Prüfung, auch wenn es mündliche war, dann wirklich auch sicher, ja, konnte ich dann wirklich sicher abrufen. Und wie gesagt, bei größeren Themen oder bei einem Examen habe ich versucht, mir zwei, drei Tage vorzunehmen. Und da ist natürlich dann das große Problem, ich kann nicht vorm Physikum, vorm M2, M3 nicht alle Themen am letzten Tag oder an den letzten Tagen wiederholen. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Wie bin ich da dann jetzt vorgegangen? Und in dem Fall oder in der Situation, wo ich dann abwägen musste, was ich jetzt wiederhole, bin ich eigentlich sehr klar nach folgenden Regeln, sage ich mal, vorgegangen. Ich habe zum einen geschaut, welche Sachen verwechsel ich gerne, welche Sachen merke ich mir einfach schlecht oder vergesse ich ganz gerne, welche Themen sind ein bisschen schwieriger und habe dann wirklich das als erste Regel genommen. Ich habe geschaut, was ist wichtig. Vielleicht hast du in Altklausuren schon gesehen, die und die Themen sind wirklich, ja, die präferierten Themen, die gern von dem Prüfer oder in deiner Klausur gefragt werden und habe mich erst mal auf die konzentriert. Also ich habe mich wirklich versucht, auf zum einen die wichtigsten Themen zu konzentrieren und fokussieren und bei den Themen, wo ich wusste, ich tue mir schwer, ich vergesse vielleicht ganz gerne mal irgendwelche Details oder wichtigen Fakten, ich verwechsel was und so weiter. Das waren so die zwei ersten Kriterien, nach denen ich ein bisschen selektiert habe. Wichtigkeit und wie schwer fallen mir die Themen selbst, vergesse ich da was? Oft hat man ja ganz gutes Gefühl, was weiß ich, Blutgerinnung, da komme ich immer durcheinander oder wie auch immer. Das würde ich dann eben in dem Fall auch wiederholen. Wenn du eben so Themen hast, wo du eben schon weißt, da tust du dir schwer, vergisst gern was oder verwechselst eben auch ganz gern mal was. Und selbst wenn du sagst, du lernst jetzt nicht mit Gedächtnispalästen oder vielleicht lernst du mit Eselsbrücken, Zusammenfassungen, Anki, wie auch immer, da gilt natürlich genau das Gleiche. Versuch dann wirklich die wichtigsten Sachen an den letzten Tagen zu wiederholen und füllst somit schon mal auch zusätzlich noch dein Kurzzeitgedächtnis. Und klar, es gibt sicher auch Personen oder vielleicht gehörst du dazu, die sagen, einen Tag vor so einer Prüfung, vorm Examen, da schalte ich lieber ab, da lerne ich gar nicht mehr. Kann auch funktionieren, das ist auch immer eine ganz individuelle Geschichte. Das Wiederholen ist sowieso immer sehr individuell, aber ich will dir einfach mal schildern, wie ich es damals gemacht habe und vielleicht kannst du ja da ein paar hilfreiche Tipps einfach mitnehmen. Bei mir war oft das Problem, dass ich erst diesen Zeitdruck gebraucht habe, um überhaupt ins Lernen zu kommen, um mit dem Lernen anzufangen. Und deswegen hatte ich oft gar keine Zeit oder das Problem hat sich für mich gar nicht ergeben. Oder ich hatte gar keinen Tag noch frei, wo ich gesagt habe, okay, da mache ich jetzt was ganz anderes und schalte ab. Das war schon mal ein Grund, warum ich wirklich auch am letzten Tag noch Sachen mir angeschaut habe, wiederholt habe. Und ein weiterer Punkt, der bei mir ganz gut funktioniert hat, gerade wenn ich zum Beispiel meine Gedächtnispaläste aktiv wiederholt habe, ich habe mir die Räume vorgestellt und so weiter, bin die durchgegangen, habe die aktiv wirklich wiederholt. Auch ein ganz guter Tipp, die Sachen auch nochmal aktiv zu wiederholen, weil dann kannst du dir wirklich sicher sein. Auch für mündliche Prüfungen, dass du das Wissen dann wirklich aktiv abrufen kannst. Und dadurch, dass ich eben diese Gedächtnispaläste wiederholt habe, konnte ich auch nicht so in negative Gedanken kommen, in so einem negativen Strudel, wo man dann denkt, oh je, und was wird gefragt und hoffentlich falle ich nicht durch, hoffentlich habe ich keine schlechte Note und so weiter. Und so habe ich mich am letzten Tag so auf mein Wiederholen der Gedächtnispaläste konzentriert, hat mich immer abgelenkt und ich konnte dann gar nicht so stressig oder Angst aufbauen, weil ich einfach mit meinen Gedächtnispalästen zu tun hatte. Es macht zum Teil auch Spaß, die dann zu wiederholen und so weiter. Also das war so ein Faktor für mich. Ich am letzten Tag hätte es gar nicht ausgehalten, nicht irgendwie mir noch Sachen, ja, aus zeitlichen Gründen, aber auch so aus der Motivation heraus gar nicht geschafft, nichts anzugucken. Deswegen, wie gesagt, schau für dich, was da am besten passt. Und ja, wie gesagt, probiere es gerne mal aus, gerade mit so Gedächtnispalästen, wo man räumlich arbeitet und die wiederholt hat, mich immer beruhigt, weil wenn ich diese wiederholt habe, mir das 3D-mäßig vorstellen musste, in der Zeit hatte ich gar keine Zeit, mich irgendwie für die nächste Klausur aufzuregen und zu stressen. Deswegen, vielleicht hilft der Tipp dir eben auch. Dann noch ein Tipp, den ich auch dann später im Studium gemerkt habe. Ich habe dann versucht, wirklich möglichst viel zu wiederholen und habe dann irgendwann gemerkt, ich wiederhole Themen, wo ich eigentlich wusste, die kann ich schon. Deswegen vergeud nicht an den letzten Tagen deine wertvolle Zeit, indem du Themen wiederholst, die du vielleicht eh schon gut kennst und wiederholst den halben Tag Themen, die du ohne Wiederholen auch gekonnt hättest. Deswegen da den Tipp. Frag dich vielleicht kurz davor, die Themen kannst du eh, da bist du sicher, dass du die noch weißt. So was bei mir zum Beispiel, bei vielen Sachen, wo ich mit Gedächtnis oder Themen, wo ich mit Gedächtnispalästen gelernt habe, wo ich wusste, die habe ich vor ein paar Wochen angeguckt, die sitzen so gut, allein wenn ich nur kurz daran denke, weiß ich, was da für Bilder abgelegt waren, für was die standen und so weiter. Deswegen schau, auch wenn du jetzt nicht mit Gedächtnispalästen lernst, wenn du Themen hast, die du eh gut weißt, die würde ich dann am letzten Tag, auch wenn sie wichtig sind, nicht nochmal wiederholen, weil man hat ja ein bestimmtes Gefühl oder Gespür dafür, welche Themen eigentlich wirklich sitzen, die man kann oder schon beim letzten Mal wiederholen, wirklich wusste, okay, das kann ich auch noch jetzt in der Woche oder bis dann eben die Prüfung stattfinden wird. Und ja, vielleicht, das kannst du gerne mal in die Kommentare unten schreiben, hast du ähnliche Erfahrungen schon gemacht, gerade mit den Gedächtnispalästen, dass du gesagt hast, boah, du hast die vor ein paar Wochen oder vielleicht vor ein paar Monaten ja dir das letzte Mal angeschaut und kannst sie heute noch. Wir bekommen auch öfters das Feedback eben, boah, ich habe den Gedächtnispalast einmal geschaut vor ein paar Wochen, ich konnte ihn noch zur Prüfung, perfekt. Also, ja, das hilft dir auf jeden Fall auch, aber wie gesagt, auch dieses Ganze schauen, was kann ich schon und was nicht. Ja, soll dir ein bisschen, oder soll ein kleiner Tipp sein, wo du dich mal hinterfragen kannst, wiederhole ich das jetzt überhaupt, weil ich es eh schon kann oder, naja, es ist ein schwierigeres Thema, dann wiederholt man es vielleicht noch. Und das bringt mich schon zum nächsten Tipp, und zwar, wenn du merkst, oh, das ist ein Thema oder das möchtest du noch gerne wiederholen und wiederholst es, fängst an und merkst dann plötzlich, oh, krass, ich kann das Thema eigentlich noch oder ich kann mein Gedächtnispalast dazu noch, dann den Fehler habe ich am Anfang auch vom Studium gemacht, dann habe ich das, ja, mir so zwangsmäßig mir gesagt, oh, ich muss das Thema jetzt trotzdem wiederholen, anstatt zu sagen, oh, nee, es läuft ganz gut, ich lege das weg, ich hole mir lieber ein anderes Thema, wo ich vielleicht noch nicht so gut kann und habe das wiederholt. Das baut eben auch auf den letzten Tipp auf, dass du wirklich sagst, okay, das ist ein Thema, das kann ich schon oder du fängst dann an, weil du vielleicht meinst, du kannst es nicht mehr, merkst dann, aber du kannst es schon, dann mach nicht zwanghaft das komplette Thema durch, dann sparst du dir eben auch Zeit und eben Nerven, indem du merkst, okay, du kannst es schon und sagst, gut, nächstes Thema und sparst du somit eben dann auch Zeit. Wenn du jetzt aber sagst, okay, das ist so ein Thema, die Details, da fühlst du dich nicht so wohl, wenn du die gar nicht mehr siehst, dann musst du auch nicht alles aktiv wiederholen, sondern kannst sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal ganz schnell die einzelnen Bilder, Details an, hast du so auch wieder aufgefrischt und musst dann nicht ganz so viel Zeit beim Wiederholen in Anspruch nehmen oder musst es nicht so detailliert und zeitaufwendig wiederholen. Das eben so als zweiten Randtipp, dass du sagst, wenn du die Themen, weil oft hat man so ein Gefühl, oh, die will ich auf jeden Fall nochmal sehen, das Thema oder mir die Sachen anschauen, dass du dann das zumindest mal schnell wiederholst und dann somit nochmal alle Details und Fakten ziehst, weil das gibt dann einem auch nochmal ein gewisses, ja, beruhigendes Gefühl, sage ich mal. Und dann noch einen kleinen letzten Tipp. Wenn du sagst, du bist vielleicht eh manchmal ein bisschen aufgeregt, dann hat mir immer geholfen, gerade am letzten Tag, vielleicht bei der letzten Lerneinheit, ganz am Ende, nochmal ein Thema herzunehmen, das einem vielleicht Spaß macht, das man ganz gern wiederholt, wo man vielleicht den Gedächtnispalast ganz cool und lustig findet, dass du dann dir wirklich ein Thema hernimmst, das dir nochmal ein gutes Gefühl gibt, wo du sagst, oh, auch wenn du das kannst und sagst, oh, eigentlich weiß ich schon, aber fürs Gefühl, wenn du vielleicht 15 Minuten nochmal ein Gedächtnispalast, nochmal ein Thema wiederholst, wo du sagst zum einen, boah, das kann ich, gibt dir ein Gefühl, dass du wirklich die Sachen so weit kannst, weil am letzten Tag, am letzten Abend davor, bringt es da nichts zu denken, oh shit, ich weiß doch gar nichts, habe alles vergessen, deswegen nimm dir da wirklich so für die Psyche und für dein Gefühl ein Thema her, das dir Spaß macht, das du wirklich gut kannst, dass du wirklich dann, ja, mit einem guten Gefühl ins Bett und in den nächsten Prüfungstag dann, ja, starten kannst. Ja, und wenn du sonst noch Fragen hast zum Thema Wiederholen, zum Lernen an den Tagen davor oder allgemein zum Lernen oder auch noch Themen hast, zu denen ich mal so ein Video, ja, aufnehmen soll oder wo du gerne meine Meinung hören möchtest, dann schreib es mir gerne in die Kommentare, dann gehe ich gerne auch mal auf so ein Thema ein, das ihr in den Kommentaren nennt. Ja, und schreib mir gerne in die Kommentare, welcher Tipp dir vielleicht besonders geholfen hat oder wo dich inspiriert hat. Schreibe auch gerne, wie du an den letzten Tagen bisher immer vorgegangen bist, wie du vielleicht wiederholt hast, würde mich auch interessieren. Teil das auch gerne mit den anderen Leuten, die in den Kommentaren die Sachen lesen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn dir prinzipiell das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier uns gerne auch. Viele von euch, die zuschauen haben, ja, noch uns gar nicht abonniert. Würde mich freuen. Du würdest uns und mich unterstützen. Gerne auch das Glöckchen aktivieren, dann verpasst du auf jeden Fall kein Video mehr. Und ja, dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg bei deinen nächsten Prüfungen, Klausur, bei deinem Examen, das vielleicht ansteht und ja, viel Erfolg beim Wiederholen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.